Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 selbsame Fakten über die Erde, die ihr vermutlich noch nicht kennt. Fakt Nummer 1. Die Pole der Erde tauschen die Plätze. Wir wissen ja alle, dass Norden im Norden liegt. Irgendwo über Grönland und dass sich der Südpol ungefähr in der Mitte der Antarktis befindet. Auf die geografischen Pole des Planeten wird das vermutlich für immer zutreffen, aber für die magnetischen Pole ist das nur ein vorübergehender Zustand. Im Laufe der letzten 20 Millionen Jahre haben die magnetischen Pole ihre Position nach ein paar hunderttausend Jahre immer mal wieder getauscht, was bedeutet, dass einem ein Kompass vor 800.000 Jahren den Nordpol in der Antarktis anzeigt. Obwohl sich die Wissenschaftler recht sicher sind, dass diese Polakrobatik durch den ausgewühlten und geschmolzenen Eiskernen des Planetens entsteht, ist noch nicht ganz klar, was genau den Tausch auslöst. Es ist ein allmählicher Prozess, der sich über Jahrtausende hinwegziehen kann. Aktuell bewegt sich der magnetische Pol der Erde jedes Jahr um ca. 63 Kilometer nach Norden. Und bedenkt man, dass der letzte große Poltausch vor rund 780.000 Jahren stattfand, ist der nächste Poltausch eigentlich wieder fällig. Fakt Nummer 2. Unser Mond ist übergroß. Am vergangenen Sonntag konnte man den letzten Supermond beobachten. Aber unabhängig davon, wie groß der Erdtrabant an unserem Nachthimmel wirkt, zählt er stets zu den übergroßen Satelliten unseres Sonnensystems. Relativ zur Erde ist er gigantisch und hat immerhin ein Viertel der Breite unseres Planetens. Das einzige himmlische Zweigespann, welches das Erde-Mond-Team in die Hinsicht schlägt, besteht aus Pluto und seinem größten Mond Charon. Die beiden bilden im Grunde eher ein Doppelplanetensystem, also zwei Planeten, die einen gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen, also ein typisches Paar aus Planet und Mond. Die Tatsache, dass unser Mond so groß ist und so nah ist, hat unter anderem den Vorteil, dass wir das Phänomen der totalen Sonnenfinsternis erleben können. Fakt Nummer 3. Die größte Säugetierwanderung findet in der Luft statt. Vielleicht habt ihr gedacht, dass die größte Säugetiermigration jene der 1,3 Millionen Gnus, die zwischen Kenia und Transania umherziehen, aber das ist falsch. Jedes Jahr fliegen Millionen und Abermillionen von Flughunden zwischen der Demokratischen Republik Kongo und dem Kazanka Nationalpark in Zambia hin und her. Mit mehr als 10 Millionen dieser katzengroßen, mango-fressenden Feldertiere, die diese Reise antreten, handelt es sich um die größte bekannte Säugetierwanderung der Welt. Fakt Nummer 4. Das größte Lebewesen ist ein riesiger Pilz. Wenn es um das größte Lebewesen der Erde geht, denken die meisten vielleicht an Blauwale, Elefanten oder Bäume. Manche würden vielleicht auch auf Korallenriffe als die größten Anhäufungen von Lebewesen verweisen. Aber der größte einzelne Organismus, der uns bekannt ist, ist ein Honigpilz. Im US-Bundesstaat Origin. 1992 erstreckte sich ein solch großer Pilz in Michigan auf 15 Hektar. Als kürzlich ein mysteriöses Baumsterben untersucht wurde, entdeckte ein Forschungsteam, dass der Übeltäter noch ein gigantischer Pilz war, der mindestens 809 Hektar bedeckt und Schätzungen zufolge tausende von Jahren alt ist. Die Pilze selbst sprießen auf dem Boden, sind aber durch ein unterirdisches Netzwerk aus Gewebe namens Mycillin miteinander verbunden. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Ableger des Pilzes keine perfekten Klone sind, aber dennoch scheint der gigantische Pilz eine Größentrophäe zu verdienen. Fakt Nummer 5. Manche Teile sehen ziemlich außerirdisch aus. Die Danakil-Senke in Äthiopien ist eine bizarre Landschaft, die eine ganze Reihe von Superlativen verdient. Heißeste, trockenste, tiefste und seltsamste. Obwohl die knöchelnden heißen Quellen, die giftigen Gase und die knisternden Lava sehen und die salzigen Trugbilder, die Danakil-Senke wie einen der unwirklichsten Orte der Erde erscheinen lassen, hat das Leben selbst hier einen Weg gefunden. In den bunten Hydrodermalquellen findet man Ökosysteme, die Astrobiologen derzeit als analoge Modelle für die Suche nach Leben außerhalb der Erde nutzen. Fakt Nummer 6. Es gibt eine Insel mit einem Wasserfall unter Wasser. Die Südwestkiste von Mauritius scheint sich am Rande eines Unterseewasserfalls zu befinden, aber der Abgrund, der sich dort abzeichnet, ist nur eine Illusion. Die wirbelnden Meeresströmungen tragen Schlick und Sand mit sich und erzeugen so das erschreckende Muster, das sich dann auf eigentlich einen harmlosen Meeresgrund abzeichnet. Von oben gesehen wirkt der Anblick spektakulär und kann sogar auf Google Earth bestaunt werden. Fakt Nummer 7. Unter unseren Füßen gibt es versteckte Schätze. Etwa 300 Meter unter dem Boden Mexikos befinden sich in der treffend benannten Höhle der Kristalle die größten bekannten natürlichen Kristalle der Welt. Einige der Riesenkristalle aus Selenit sind über 9 Meter lang. Man sollte meinen, es wäre gar nicht so einfach eine solche Höhle über lange Zeit versteckt zu halten, aber sie wurde tatsächlich erst im Jahr 2000 entdeckt, als Bergarbeiter einer Silbermine versehentlich die Höhlenwand durchbrachen. Ein allmählich magischer, unterirdischer Schatz, die Song Dong Höhle in Vietnam. Sie ist zwar die größte Höhle der Welt, war aber bis 1991 ebenfalls noch unbekannt. In der Höhle befindet sich ein üppiger Regenwald und sie ist so groß, dass eine Boeing 747 bequem drin parken könnte. Fakt Nummer 8. Einige der Wolken leben. Manchmal erscheinen während der Abenddämmerung dunkle Wolken in Bodennähe, die ihre Form wechseln. Während sie umherwirbeln und sich verändern, scheinen sie regelrecht lebendig. Und das sind sie auch. Sie bestehen aus 100.000 Staren, die im Einklang miteinander fliegen. Das Phänomen wird als Formationsflug oder Mutation bezeichnet. Wissenschaftler vermuten, dass die Vögel diese hypnotischen Bewegungen fliegen, wenn sie Fressfeinden ausweichen oder nach einem Schlafplatz suchen. Aber es ist immer noch ein Mysterium, wie genau sie es schaffen, diese akrobatischen Flugmanöver synchron durchzuführen. Fakt Nummer 9. Es gibt eine Unterwasserwiese. Wer ist der älteste von uns allen? Das weit verbreitete Seegras des Mittelmeerraums, das Neptungras, wurde nach dem griechischen Gott des Meeres benannt. Man vermutet, dass zu den älteren, bekannten Organismen der Erde zählt. Eine genetische Sequenzierung offenbarte vor kurzem, dass die Seegraswiese vor der Küste Spaniens bis zu 100.000 Jahre alt sein könnte. Das bedeutet, dass die ersten Seegrashalme schon ihre Wurzeln schlugen und den Prozess der Zellteilung und Klonung begannen, als die Vorfahren der modernen Menschen noch nicht einmal Afrika verlassen hatten. Eine der Gründe dafür, warum das langsam wachsende Prosedonia so lange überlebt hat, ist die Tatsache, dass dieses Gras so wenig Konkurrenz und kaum Fressfeinde hat. Lediglich der Mensch zerstört den Lebensraum des uralten Seegrases durch das schlechte Meeresmanagement und die explodierenden Bevölkerungszahlen langsam. Fakt Nummer 10 Eine der Flüsse kocht Einst hielt man ihn für eine Legende, aber tiefer steckt im peruanischen Amazonasgebiet gibt es einen kochenden Fluss. Im Grunde kocht er nicht wirklich, sondern bewegt sich nur ein paar Grad unter dem Siedepunkt, aber das Wasser ist heiß genug, um den ohnehin schon fremdartigen Regenwald in ein dampfendes mythisches Paradies zu verwandeln und ungeschickte Tiere bei lebendigem Leib zu kochen. Kürzlich besuchte der National Geographic Explorer Andes Russo den kochenden Fluss und kehrte mit einem Grund für dessen überschäumende Temperatur zurück. Eine enorme geothermische Aktivität, die nicht mit vulkanischer Aktivität oder Ölbohrungen in Verbindung steht. So, das war es schon mit den 10 Fakten. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare, welchen Fakt ihr am krassesten fandet. Ich glaube, da waren ziemlich viele dabei. Ich fand ziemlich viele ziemlich gut und ziemlich wissenswert. Ansonsten hinterlassen Positiven oder einen kritikfähigen Kommentar und besuche mich auch bei der nächsten Folge. Ansonsten, ciao! Ansonsten, ciao! Ansonsten, ciao! Ansonsten, ciao!